Bin ich da? Jetzt? 3, 2, 1, welcome to Widdly's World! Guten Morgen! Nee, nee, nicht guten Morgen, nicht schon wieder die Geschichte mit dem Guten Morgen. Wir sind am Abend, die Sonne geht, gleich Bubu machen. Wir haben jetzt so fast Bubu Zeit für die kleine Zaubermaus hinter der Kamera. Ich muss mal sagen, Zaubermausi, das machst du super! Ja, Zaubermausi ist so ein Wort von der lieben Mama für den Justy Leonard. Die sagt immer Zaubermausi. Mich darf man aber nicht auf der Kamera sehen. Nein, sieht man ja nicht. Ich habe auch meine La Perla dabei. Hi! Meine Zauberschnecke, ne? Ich liebe die heiß und innig. Leider verwandeln die sich nicht in einen schönen Prinzen. Ich meine, in eine schöne Prinzessin, was will ich denn mit einem schönen Prinzen? Ich will ja eine schöne Prinzessin haben. Aber meine Zauberschnecke bleibt einfach meine Zauberschnecke, ne? Willi, lass dich doch mal knutschen, wenn man nach knutschen ist, ey. Ich liebe deine Küsse. Guck, jetzt küsst mich meine Zauberschnecke. Wisst ihr, was das total toll ist, abgeküsst zu werden? So am ganzen Körper und so. Wisst ihr bestimmt. Nein. Ja, das ist total toll. Ich wollte euch irgendwas Cooles erzählen und jetzt ist mir das entfallen. Mist, 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 Mist. Irgendwas ganz Wichtiges wieder. So was hochtrabend, dramatisch Wichtiges. Hochtrabend, hochtrabend dramatisch. Was laberst du denn da jetzt rein, Mutti? Mutti! Ich warne dich, Willi. Ich habe jetzt gerade mal den Dreck von der Couch gemacht. Die Couch haben wir übrigens vielleicht auch gar nicht mehr so lange, habe ich gehört. Die kriegt ein Lebelein. Das finde ich gut. Dann haben wir hier Platz, ey. Dann können wir hier voll boogie-woogie machen. Geilomat. Ja, finde ich total super. Oder wir vermieten das hier unten. Ja. Und dann zieht Liebelein hier ein. Jo, Liebelein hier in der Bude. Wir haben ja nichts zusammen. Geil. Und der Yannick. Ja, dann haben wir ja jetzt Spaß in der Bude. Dann kommt die Stimme aus dem Hintergrund von Little Lucy. Die sagt, nein, 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 nein. Nee, das geht nicht. Weil dann wären wir hier, dann wären wir hier voll in der Minderheit. Weil, Liebelein, Liebelein. Und meine liebe Mama sind wenigstens von der Power wie fünf Frauen, ja. Und dann sind wir hier drei kleine Jungs. Das geht mal gar nicht. Fünf starke Frauen mit drei kleinen Jungs ist nicht so eine tolle Idee. Denn sind die Weiber in der Übermacht sozusagen. Die, die machen uns platt. Weiber an die Macht. Dann haben wir hier keine Schnitte mehr. Dann weht hier echt ein anderer Wind. Ja, dann haben wir keine Schnitte mehr zum Essen. Keine Schnitte mehr. Ich war meine Mühle-Schnitte. Doof. Nö, das machen wir nicht. Liebelein, Liebelein, Liebelein. Kacke, schönes Haus. Dich gibt aber einziehen hier in die Bude, nee, nee, nee. Das überlegen wir uns noch. Ich hab mir das schon überlegt. Ja, und? Die kann jederzeit kommen. Die kann jederzeit kommen, ne? Mit dem Jannexer. Liebelein, hast du gehört? Komm, pack die Koffer. Ja, ich hab jetzt schon wieder genug gelabert. Mir fällt auch nicht ein, was ich euch wichtiges mitteilen wollte. Ich sag mal Tschüss. Tschüss.